Die Netto-Photosyntheseleistung bei Pflanzen ist von der Temperatur abhängig. Bei C3-Pflanzen wie dem Rocken liegt das Optimum etwa bei 25 Grad Celsius. Damit sind sie gut an gemässigte und kühlere Breitengrade adaptiert. Bei höheren Temperaturen sinkt die Netto-Photosyntheseleistung jedoch schnell ab und wird negativ. Der Grund dafür ist die Photorespiration. C3-Pflanzen sind der Photorespiration schutzlos ausgeliefert. Bei ihnen haben sich im Laufe der Evolution keine Strategien dagegen entwickelt. Die C4-Pflanzen hingegen haben einen Weg gefunden, die Photorespiration stark zu reduzieren. Damit kommen sie auch bei hohen Temperaturen nicht in Schwierigkeiten und sind gut an subtropische und tropische Standorte angepasst. Wir wollen verstehen, wie sie das geschafft haben. Bei steigenden Temperaturen sinkt die Löslichkeit von CO2 und Sauerstoff. Zusätzlich verschiebt sich das Gleichgewicht zugunsten des Sauerstoffs. Bei den C3-Pflanzen erwischt das Enzym Rubisco jetzt immer häufiger ein Sauerstoffmolekül und die Photorespiration steigt an. Die C4-Pflanzen lösen das Problem mit einem Trick. Dort, wo die Rubisco arbeitet, erhöhen sie lokal die CO2-Konzentration. Und das geht so. Hier ist der Calvin-Zyklus. Die biochemischen Reaktionen sind eine Art Pumpe. Und der gelbe Pfeil hier gibt an, in welche Richtung die Pumpe arbeitet. Weil die Rubisco nur schlecht zwischen CO2 und Sauerstoff unterscheiden kann, erzeugt die Pflanze lokal ein Überangebot von CO2. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Rubisco ein CO2 erwischt und Biomasse aufbaut. Die Photorespiration sinkt. Das Ziel ist erreicht. Aber wie genau schafft es diese Biochemie, das CO2 genau an dieser Stelle zu konzentrieren? Die Lösung heisst Arbeitsteilung. Es ist eine Arbeitsteilung zwischen zwei benachbarten Geweben im Blatt drin. Das eine Gewebe besteht aus Mesophyllzellen. Das andere Gewebe sind die Bündelscheidenzellen. Und beide pflegen einen regen Austausch untereinander. Schauen wir uns als nächstes an, wie die Arbeit genau aufgeteilt wird. Einerseits gibt es eine Trennung zwischen der CO2-Fixierung im Mesophyll auf der linken Seite hier und der Assimilation des CO2 im Calvin-Zyklus auf der rechten Seite hier. Andererseits sind die beiden Gewebe durch den Kreislauf dieser Moleküle miteinander verbunden. Die Moleküle wirken wie ein Förderband oder Kurierdienst für das CO2. Hier kommt das CO2 aus der Luft und löst sich im Zytoplasma der Zelle. Dadurch entsteht Kohlensäure. Die Kohlensäure dissoziiert in Hydrogencarbonat und ein Proton. Das Phosphoenolpyruat hat die Rolle eines Velokuriers. Es bindet das Hydrogencarbonat bzw. den Kohlenstoff aus dem CO2. Dadurch entsteht Oxalacetat, das einem beladenen Velokurier entspricht. Er hat den Kohlenstoff eingepackt und kann sich anschliessend auf die Reise machen. Das aufgenommene Hydrogencarbonat erscheint hier in Form einer Karbonsäuregruppe. Die Karbonsäuregruppe ist die Transportform des Kohlenstoffs. Oxalacetat wird zu Malat reduziert und gelangt anschliessend in die Bündelscheidenzellen. Damit erreicht auch der zuvor gebundene Kohlenstoff seinen Bestimmungsort. Hier angekommen, wird er als CO2 abgespalten. Diese Reaktion erzeugt permanent neues CO2 und sorgt dafür, dass in den Bündelscheidenzellen lokal die CO2-Konzentration steigt. Hier befindet sich auch der Calvin-Zyklus mit der Rubisco. Dank dem Überangebot verwendet die Rubisco oft ein CO2-Molekül und es entsteht neue Biomasse. Weil die Rubisco nur noch selten ein Sauerstoff-Molekül erwischt, geht die Photorespiration zurück. Nachdem CO2 abgespalten wurde, bleibt Pyruvat zurück. Der Velokurier hat seine Fracht abgeliefert und kann jetzt leer zurück in die Mesophyllzelle gehen. Um das Transportmolekül für das nächste CO2 bereit zu machen, ist Energie in Form von ATP erforderlich. Damit ist der Kurier mit Namen Phosphoenolpyruvat bereit für seine nächste Runde. Dank dem Pumpmechanismus wird CO2 in den Bündelscheidenzellen angereichert. Das reduziert die Photorespiration. Die Anreicherung ist für die Pflanze aber nicht gratis zu haben. Bei jedem Durchgang wird ATP verbraucht. Man könnte auch sagen, der Transport von CO2-Molekülen kostet ATP. Das ist der Preis für die Aufkonzentrierung des CO2. Im Gegenzug profitiert die Pflanze, weil die Photorespiration jetzt viel kleiner ausfällt. C3- und C4-Pflanzen unterscheiden sich nicht nur bei der Photorespiration und dem biochemischen Pumpmechanismus für CO2. Auch bei der Blattanatomie findet man ganz charakteristische Abweichungen. Die Blätter der C3-Pflanzen sind aus verschiedenen Lagen aufgebaut. Man bezeichnet das auch als Schichtanatomie. Weil die verschiedenen Gewebe wie Blätter in einem Buch übereinander liegen. Hauptort der Photosynthese und damit des Calvin-Zyklus ist das Palissaden-Parenchym. Hier erfolgt auch die Photorespiration. Bei den C4-Pflanzen sind die an der Photosynthese beteiligten Gewebe kreisförmig oder konzentrisch angeordnet. Die ringförmige Organisation nennt man auch Kranzanatomie. Aussen liegt das Mesophyll. Es bindet das CO2, das aus der Luft stammt. Danach wird das CO2 in die innenliegenden Leitbündelscheidenzellen gepumpt und dort freigesetzt. Die Kranzanatomie ist eine gute Lösung. Weil das CO2 im Innern freigesetzt wird, kann es nicht entweichen. Es bleibt lokal angereichert, bis es im Calvin-Zyklus verbraucht wird. Schon seit Längerem ist von C3-Pflanzen und C4-Pflanzen die Rede. Zum Schluss wollen wir klären, was mit den beiden Begriffen gemeint ist. Bei den C3-Pflanzen wird das CO2 an den Akzeptor Ribulose-1,5-Bisphosphat gebunden. Das daraus entstehende Zwischenprodukt ist instabil und zerfällt in zwei C3-Körper. Das erste stabile Produkt nach dem Einbau des CO2 ist der C3-Körper, 3-Phosphoglycerat. Diese drei Kohlenstoffatome geben den C3-Pflanzen den Namen. C3-Pflanzen heissen so, weil das CO2 nach seiner Fixierung zuerst in einem C3-Körper erscheint. Bei den C4-Pflanzen bindet das CO2 zuerst an Phosphenolpyruvat. Dadurch entsteht Oxalacetat. Oxalacetat besitzt vier Kohlenstoffatome und ist damit ein C4-Körper. C4-Pflanzen heissen so, weil bei ihnen das fixierte CO2 als erstes in einem C4-Körper erscheint. Oxalacetatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vielen Dank.